UNTERTITELUNG Schön, dass Sie es einrichten konnten, Mr. Fletcher. Wollen wir gleich mit Ihrer alten Geschichte anfangen, oder ist Ihnen heute noch was anderes? Es ist keine Geschichte. Sie erzählen mir also die Wahrheit. Ja, ich... Ich war in diesem Raum. Was hat es mit dem Raum auf sich? Das war kein Verhörraum. Das war ein Todesraum. Die nächste Station war das Jenseits. Was ist Ihnen denn wirklich zugestoßen? Sie haben mich gefoltert. Wie hat lange Sie waren denn? Was wollten diese Leute von Ihnen? Das war das Problem. Ich war der Falsche. Sind Sie bereit zu helfen, Mr. Fletcher? Was? Was? Sie könnten sich das alles hier ersparen. Ich muss mich weigern. Sind Sie sicher? Sind Sie sicher? Helfen Sie uns. Wir sind nicht die Bösen. Das verhofft die Bösen immer von sich selbst. Dann fangen wir wieder von vorne an. Wissen Sie, warum Sie hier sind? Es ist die Wahrheit. Ich bin nicht verrückt.